Ja, es ist großartig, da die erste Weltmeisterschaft zu genießen und meine beste Leistung zeigen zu können. Es ist wirklich einzigartig, besonders ein großes Ereignis, da zu sehen. Wir hatten eine sehr gute Anreise. Ich bin zeitgerecht nach Schweden gekommen. Ich habe noch trainieren können in Funestalen. Ich hatte einen guten Trainingstag. Und ja, das Gefühl ist richtig schön, da in Aure, wo doch irgendwo ein Gefühl da ist von Bekanntheit, wo ich doch letztes Jahr und vorletztes Jahr schon da war und gewusst habe, wie es sein wird. Und ja, da kommt man da mit sehr schönen Gefühlen her. Ja, natürlich habe ich die Rennen auch mitverfolgt, gerade von Vincent, wo er die Medaillen gemacht hat. Es ist einfach megaschön, auch wenn es dann gerade vor Österreich ist, die eigenen Medaillen vom Land Österreich. Aber genauso auch an Swindal und a Won. Es ist großartig, wie sie so eine erfolgreiche Karriere dann auch noch beenden haben können. Und ja, das Strahlen in deiner Gesicht dazu sehr, das beeindruckt mich sehr.